Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem absoluten Apex Legends Highlight von mir persönlich. Bis jetzt, ich habe endlich mal wieder meinen Kill-Rekord gebrochen. Wie viel sei an der Stelle natürlich noch nicht verraten. Ich habe vor zwei Tagen mit meinem Kumpel und Stamm-Team-Mate Halbsteif zusammen gestreamt. Den Stream haben leider nur die wenigsten gesehen, weil es vormittags mitten in der Woche war. Ich will euch an der Stelle auch natürlich nicht spoilern, ob es ein Sieg geworden ist. Lasst euch einfach mal überraschen und schaut die Runde am besten bis zum Schluss. So viel sei auf jeden Fall schon mal gespoilert. Wir sind fast ausschließlich im Duo in dieser Runde unterwegs, weil unser Random-Team-Mate relativ weit am Anfang drauf geht. Und wir den nicht mehr holen konnten, weil er einfach zu weit weg war. Das unterstreicht auf jeden Fall unseren Wunsch danach, dass endlich mal der Duo-Modus kommen sollte. Deswegen hofft man, dass Respawn endlich aus dem Arsch kommt und diesen Duo-Modus bringt. Die wünschen sich so, so viele. Das soll wohl angeblich auch schon in der Mache sein. So viel kann ich euch auch verraten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr die Runde bis zum Schluss schaut. Lasst viele, viele Daumen nach oben, da würde ich mich mega darüber freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Und ich würde mich zur Abwechslung mal über viele Kommentare freuen. Mein Stream ist immer sehr, sehr reichlich mit Chat-Nachrichten gefüllt. Deswegen an meine Stamm-Zuschauer aus den Streams haut gerne auch mal einen Kommentar für dieses Video raus. Da würde ich mich mega darüber freuen. Auch in Zukunft wäre das sehr, sehr geil. Jetzt viel Spaß bei dem Video-Haut rein. Ciao. Sind die schon gelandet, oder? Ja, links sind die gelandet. Warum sagst du dann rechts? Hast du eine Links-Rechts-Schwäche, du Spasti? Ich habe dein Links-Rechts gemeint. Achso, ich, ja gut, wir fliegen ja in diese verschiedene Richtungen, stimmt. Jo, so sieht's aus. Ich verstehe es halt manchmal nicht. Ich bin halt manchmal dumm. Naja, das ist vollkommen okay, wenn du es einsiehst. Ist da hinten schon in das Web geloodet? Ja, wa? Und auf der anderen Seite warten die jetzt. Und da hin? Aber innen lang? Also nicht über die Zip-Line? Ja, ja. Ich würde jetzt noch links gleich hier in die Bude reingucken, weil... Okay, dann nehme ich die Hemlock. Die Hemlock habe ich gefunden. Weißt du, wer was braucht? Oh, da hinten sind jetzt Schüsse. Ach, der Hemlock lag da nicht gerade eine Spitfire? Kann das sein, dass du gerade mit der Spitfire rumläufst? Nein, ich habe eine Hemlock. Okay, dann lagen da zwei Hemlocks übereinander, so wie es aussieht. Hinter dir. Unten ist auch noch einer. Hinter dir sind welche. Hinter dir sind zwei. Mann, alter Watsch. Hinter dir. Habe ich. Da ist unten noch eine Lifeline, die ist fast down. Habe ich schon. Achso, die da oben. Nee, unten ist noch einer. Ich weiß jetzt nicht, wo die in das ist. Achso, ich muss noch mal gucken, ja, weil ich habe nämlich irgendwie kein Schild mehr. Ich auch nicht. Kannst du mal dein Lifeline hinter dem Chuck rausschmeißen? Oder hier unten? Bitte. Oh, fuck, ich habe kein Schild mehr. Warte mal, ich nehme meinen, ich nehme noch meinen. Warte, 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 stopp, 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 hier. Danke. Ich muss nur noch das Schild ein bisschen pushen. Ja, ich habe keine Munition mehr. Nur noch gleich da. Wo sind denn die eigentlich? Ich glaube hier im Gebäude. Da ist einer. Eine läuft hier. Ich gucke mal von oben. Einer haben wir. Da unten ist noch einer. Was ist denn da unten? Ach, da. Unter dem Schild. Ach, ich bin da, ich bin da. Zwei sind da unten. Alle beide, die nicht sehr viel. Ich glaube es nicht. Ich glaube immer nicht, wie schnell ich hier fast down gehe. Habe ich. Einer ist noch da. Ich sehe niemanden. Ja, ich will dich. Ich sehe nämlich niemanden. Keine Ahnung, wo er ist. Oh, jetzt wurde beschossen. Nein. Von wo? Von oben. Auf dem Dach. Von oben. Ja, ja, ich sehe es. Das geht so nicht. Gut, die sind auch down. Auf dem Dach oben. Warte mal, ich... Warte mal, ich muss mal kurz meinen Phoenix rausknallen. Ich bin an der Wand. Also, ich will jetzt nicht raus, weil die oben... Aber die Befeinden sind gerade noch mit der Wand. Okay, ich verstehe, verstehe. Ja, ja, alles klar. Haut deinen Lifeline gleich raus irgendwie, dass du hier... Kann ich nicht, 19 Sekunden. Ach so. Dann heil dich erst mal. Komm, nein. Rauschen, rauschen, rauschen. Ich habe mal dir. Mal rufen, ich muss reisen. Na, wollen wir außen lang laufen, über die Zip-Line und dann außen einfach... Lass die machen. Lass die einfach machen. Hä? Ich gräb. Ja, ja. Ach so, wir müssen ja da lang. Stimmt, du hast recht. Oh, jetzt wäre ich auf einmal gebumst. Das kann doch nicht sein. Auf einmal sehen sie einen. Dann gleich auf den Ballon. Ja, ja. Irgendwo in Sicherheit. Ich hoffe, unser Teammate hat es nicht gerafft. Okay, das ist schon mal schön. Wo wollen wir ihn hin? Wir den verlieren. Wir sowieso. Scheiß drauf, ja. Den können wir eh nicht holen. Muss man jetzt leider durch. Beziehungsweise eher. Oh, fuck. Ich habe keine Schildzellen mehr. Ich habe welche mit. Das ist sehr schön. Dann lass uns hier mal... Ach so, wir laufen recht schräg. Und er pingt und pingt, als hätte er Langeweile. Ach so, warte mal. Die Flatline fällt mir besser. Oh, das ist schön. Denkt er wirklich, dass wir ihn noch holen? 400 Meter, 500 Meter. Alter. Zurück in die Zone rein. Klar, meiner. Warte. Das ist immer das Dumme an Randoms, dass die nicht aufpassen, dass die nicht auf die Map gucken und gucken, was machen die Mates. Ich renne doch nicht zurück in die... Naja, egal. Hier sind Schritte gewesen vor... Was ist es? Vor 50. Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Lass mal so. Gesundheit. Hier sind welche? Da unten. Okay, ich seh's. Ich mach mal ein Special. Ich glaube, hier hinter uns sind auch welche. Warte mal, lass uns mal durch das Gebäude gehen. Ich seh auf jeden Fall niemanden. Da unten. Da oben auch ein Dach. Der sieht alleine aus. Oh, ne, pushen. Komm. Gehst du oben rein? Ich geh unten rein. Oder... Da oben ist er. Er hat auf jeden Fall einen Blau. Schön, dass er sich anbelst. Die sind zu zweit. Einen hab ich fast. Ist down. Sind beide down. Und ich bin fast komplett runter. Ich hol dich gleich dann. Alter. Ach, du lootest hier in Ruhe. Wieso brauchst du Hilfe? Ja, unbedingt. Ja, hab ich grad geschmissen. Meine Frau steht ganz apathisch vor einer Scheibe. Ja, fehlt nur noch, dass er so nach vorne und zurück wippt. So. So, naja. Beste Runde heute mit sechs Kills. So, lass uns mal in die Zone rein. Ich hoffe, es wird noch besser. Ja, Feuer. Ich bin völlig open for everything. Hauptsache, es wird ein Two-Man-Win. Ich sag doch, wenn wir zu zweit spielen und der Gegner da, also unser Mate down ist, spielen wir irgendwie besser. Oh. Rechtsaußen lang. Da oben sind welche? Oh ja. Stopp mal. Lass die mal kurz laufen. Die haben bessere Position jetzt. Oh fuck, der läuft ja immer noch. Warte, warte, warte. Der steht da oben an der Spitze, der guckt. Der steht da an der Spitze. Wir können ja versuchen, den zu kriegen. Ja, ist schon da. Hammer. Der war nicht alleine. Der war nicht alleine. Oder hat ein goldes Schild, der kann alleine sein. Ach so. Sehr schön. Kill Nummer 7. Hö, hö. Wow. Fuck auf der Seite. Ich sehe nicht aus, herkommt. Boden. Und das Mate. Das ist nicht wahr. Und warum die immer treffen? Das regt mich so auf, Alter. Sie treffen immer. Ich muss mich heilen. Lass uns eine andere Position suchen. Die wissen, wo wir sind. Das ist scheiße. Wenn jetzt der letzte Squad sich mit einbaut, dann haben wir ein Problem. Wollen wir unten lang laufen? Irgendwo hier unten so. Und dann ein Kreis. Keine Ahnung. Ja, komm. Warte, ich will nur noch mein letztes Schild rausknallen. Ja, los. Irgendwie. Alter, guck mal, wie groß die Zone hier noch ist. Wir müssen mal warten hier ein bisschen. Nicht, dass die letzten von hinten kommen. Hey, von hinten. Oh, die fighten sich mit den anderen. Los, jetzt müssen wir... Da hinten sind sie. Da hinten sind die anderen. Da oben ist der. Und der andere ist da oben. Warte, lass die snipen. Wir sind gerade so am Rand. Ja, ja. Oh, die anderen sind außerhalb. Die mussten jetzt aber ganz schön... Warte, wo die Zone ist. Oh Gott. Guck dir das mal an, wo die Zone ist. Das spielt uns echt nicht in der Karten. Oh, fuck, sorry. Jetzt habe ich mich verdrückt. Hat er nicht gemacht. Was macht man? Wollen wir weiter? Ja, lieber zurücklaufen, oder? Naja, aber wie willst du, wie willst du, wie willst du dann vernünftig die pushen? Komm, wir können versuchen. Vielleicht haben wir Glück und die sind so abgelenkt, dass wir sie pushen können. Ja, mein Ilch ist halt nicht mehr voll. Hinter dem Zaun durch. Ja. Stimmt, da kommen wir ja durch. Die Frage ist, kommen wir da irgendwie auch wieder raus? Denk um deine Waffe ausrüsten. Oh, nee, hier kommen wir nicht durch. Aber obendrauf und dann... Achso, nee, wir fallen runter. Los, weg. High Ground suchen. Komm, gleich hier hoch. Jo. Da sind sie. Vor uns direkt. Hinter uns ist einer. Da, wo wir waren, ist jetzt auch einer. Vorsicht, der pusht. Der hat mich noch nicht gesehen, ich heile mich gerade. Der versucht hier, mich zu holen, hier oben. Ja, ich kann nichts machen. Warte mal, ich heile wenigstens mal noch mein Schild voll. Bist du ins Sicherheit? Ja. Da kommt er. Da oben. Der hat eine Gasfalle aufgestellt. Warte, warte. Der ist down, der ist down, der ist down. Wo bist denn du, Alter? Krass. Die anderen sind im anderen Gebäude, aber wir sind in der Zone. Der ist hier unten. Jetzt, der ist down. Der ist down, warte chill. Da unten ist einer. Der ist auch down. Da ist noch einer, der stirbt gleich. Der ist auch halb der Zone. Einer nur noch. Ja. Der ist unten. Wo bist denn du? Hier unten ist er. Epischer Sieg. Epischer Sieg, Alter. Oh Gott, ich hätte fast mein Kill-Rekord gebrochen. Kacke. Alter, sind wir Killer. Was für eine abgefuckt geile Runde. Das war, glaube ich, die geilste Runde ever. Das war eine geile Runde. Haben wir gut umlaufen. Alter, war die geil. Das hätte ich nicht gedacht. War das ein... 10 Kills. 10 Kills. Läuft. Neuer Kill-Rekord. Was für eine geile letzte Runde. Uh, 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 uh. Alter, war das eine geile Runde. Mein Fresser. Was für eine geile Ereignisse. Was für eine geile Ereignisse.